ARD Text im Auftrag von Funk Okay, gut So, ähm Okay, gut Ähm, haben wir auch easy Wie ihr seht, Leute, hier ohne Shadow Weil sonst hält nämlich der Aufnahme hier auf den Cracken-Server So, und den haben wir auch ganz easy gekillt Boah, bin ich gut Okay, Leute, der hat das Full-Dia Und dann, Leute, er will mich mit Schneeballen abwerfen Er will, hier, komm, 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 komm Ja, Leute, der hat sowas von keine Chance gegen uns Auch wenn er Dia-Sachen hat Okay, doch, vielleicht hat er doch eine kleine Chance Ach, okay, Leute, zweite Runde Wir spielen jetzt einmal mit Du und unserem Teammate Teammate, ich helfe dir Keine Angst, ich helfe dir Ach, so Ich glaube, man sieht's wohl auch an den Namen, Digga Das, 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 das Alles kickback ist Oats Da, irgendwelche komischen Namen Okay, ähm Was soll ich machen? So, wieder frisch mal hier das Frudern Wow, 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 wow Ja, da will ich kommen, da will ich kommen Okay, er riskiert's wirklich Oh, Mann, wieso kann man nirgendwo eigentlich was bauen? Ja, Langsamkeit Ähm, ähm Vergiftung Scheiße Ja, Leute, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot Wir sind tot, oder? Oh, 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 ja, Digga, nice Voll, aber mein Inventar ist so zugemüllt Ich weiß überhaupt gar nicht, aber was gut ist, was überhaupt nicht Da oben sehen sie auch, okay, Leute, bringen jetzt nochmal Schnelligkeit Und ein Goldapfel Komm, 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 komm Er ist low Okay, er könnte gerade ein Goldapfel, aber das bringt ihn nichts Nein, 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 komm, bitte komm mal an, bitte komm mal an, bitte komm mal an Nein Das gibt's nicht, Leute Okay, Leute, Server Nummer 2 ist am Herzen hier Ohne der Staff sieht wohl erst mal nicht so ganz OP aus wie beim ersten Server Leute, was sind das da 4 XP-Flaschen? Habe ich noch nie gesehen Okay, Leute, hier ist gleich der erste Spieler Okay, warte, warte, wir haben alle, der Oh, der hat einen Bogen, der Wow, Digga, chillt auch Digga, ah Okay, Leute, zweite Runde ist aber hier im Team-Modus Schutzrand oder Schärfer 1 Okay, komm, Leute, wir nehmen mal den Schutz frei Nein, 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 nein Digga, ich habe nicht I hate you Mann, Digga, das gibt's nicht, ey Ach, komm, Digga Wir lassen mal einen Goldapfel auf jeden Fall Yo, Digga, chill mal Wow Okay, nice, das heißt Ah, ja, weißt man, ich bin auch noch gestorben, wenn der noch geklaut hat Digga, ich habe einen Goldapfel ja gar nicht mal gegessen Ich habe einen nur leicht angeknallt Ist hier irgendwo noch eine Kiste, die nicht leer ist? Okay, Leute, da oben feiern wir auf jeden Fall schon mal alle Ja, komm, kriegen wir ein bisschen gekühlt Nein Oh Okay, keine Ahnung, wie der hat sich dann noch gesaved, auf jeden Fall brennig Wir haben aber noch beide irgendwie noch bekommen, aber ich habe keine Ahnung, wie Oh mein Gott Okay, Leute, nur noch ich und, äh, ein anderer Oh, 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 oh Das gibt's hier, Leute, ich bin in der Erde 3 AP Ich bin wegen Fangshard hat nur gestorben Okay, Leute, Server Nummer 3 ist einmal hier Und, Leute, das Server ist mir schon so geklaut Das hat einmal die Kisten nicht mehr zugehen Okay, Leute, also, ähm, ich habe kein Schwert Ich weiß nicht, wie ich da mitgewinnen soll Ich glaube, ich muss nicht mehr gucken, dass ich mir andere Kisten irgendwie hier rufe Wir müssen auch hier wieder mal essen Und ich habe nur eine Schaufel mit Effizient 1 Oh, nein, nein Ja, Leute, wir, wir werden sterben, Digga, wir werden sterben Oder? Ja, ja, wir sind tot, Leute, wir sind tot Digga, ich soll mir dann auch bitteschön ohne Schwert gewinnen Äh, hoffentlich ist das Team-Mode ein bisschen besser Mein Team-Mate hat natürlich schon sterben Digga, ist das ein Teletubbies-Dief? Wow, ey, nice Aber ich habe keine Blöcke, warte mal Ich muss ein Blöcke mir nicht noch abbauen Wow, Digga, ist das nicht mein Teammate? Das ist mein Teammate? Habe ich gerade meinen Teammate gerade gekillt? Oh, nein, Leute Hier sind alle so eine Teletubbies Okay, Leute, letzter Server Und das sieht, ja, richtig billig in mir aus Oh, shit, okay, Leute Hier, richtig krasser Stuff Okay, Leute, äh, wir fahren full Tier hier Außer die Schuhe Okay, Leute, dann gehst mal auf in meine Mitte Und da hat gar kein Sound hier Ich höre ab aus, sondern kann ein bisschen Blöcke platzieren Ja, wow Das ist richtig kreckig, Server Ja, Leute, Atmosphäre ist mir so langweilig in mir auf dem Server So, machen wir jetzt erstmal easy-meaning-Kill Oder doch nicht Hey, Digga, wieso, wir leben ja keine Leben Hä? Was, was ist mit Schärfe 1, Digga? Wieso hat der gerade mal 1 AP verloren? Ey, was soll denn das? Digga, wieso kann ich den keinen Schaden machen? Digga, nur weil ich Minecraft gekauft habe Oder was werde ich eben nachteiligt? Ah, Digga, Leute Wieso kann ich keinen Schaden machen? Aber er kann mir Schaden machen Ja, genau Okay, gut So soll das eigentlich nicht kommen Dann fällt gleich ein bisschen blöd Aber guck mal, Leute Wieso kann ich ihm keinen Schaden machen? Ja, Leute, ich bin tot Ja, komm, komm, komm Nein Ich bin zu weit unten gelandet Ah, Digga Oh, Scheiße Scheiße Ja, ja, das geht sich Das war eigentlich sowas von klar Okay, Leute Jetzt hier nochmal einmal im Duo spielen Leute, ich schwöre, wenn ich jetzt wieder keinen Schaden machen kann Dann, äh Ja, kann ich keinen Schaden hier machen Ich glaube, wir haben einen Veränder-Permit Können die einmal hier nutzen Ich muss ja nicht auf mein Team mit erwarten Oh, und jetzt Ja, da pack ich auch noch hier drinnen Leute, also Auf diesen Server sind viel zu viele Kisten Wie läuft da unten ein Zombie herum? Ja, wir können das machen Alles ist voll mit Kisten Wieso sind die Creeper Mini-Zombies? Ich mach wieder richtig wenig Schaden nur Denn ich hab hier Schaden Fünf auf dem Schwert drauf Boah, Leute Das ist ja wirklich richtig schlimm Dann bleiben wir hier Okay, Leute Die einzige Möglichkeit, die wir eben haben Ist die runterzuschubsen Ja, ist nie Nur runterzuschubsen Oh, nice Boah, okay, Leute Also, irgendwie ist das für heute das Schlimmste Boah, komm, 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 komm Nice, Leute, oder? Leute, der erste Crack-It-För Auf dem wir gewonnen haben, Digga Oh, Gott, freu ich mich Ja, dann Ich hab hier natürlich die Video gefallen, Leute Also, Crack-It-Micross-Leute Sind richtig schlimm, ja Und man erkennt halt immer daran Dass man sich jedes Mal mal einloggen muss Aber, Leute Ich finde IPX-Tausch besser als die Crack-Micross-Förer Weil, ja, Leute Ihr solltet genauer nicht auf die Crack-Micross-Förer Spielen Aber das soll es nur sein Und dir gefällt mein Content Kannst du euch gerne kostenlosen Abo Das ist mir gerne, dass du die Glocke Und keinen weiteren Video zu überpassen Ich höre jetzt mal ein Like von heute Und irgendwann noch einen schönen Tag Bleibt gesund Ciao Ciao